Hey und herzlich willkommen zu Let's Play die Sims 3 Showtime bzw. Legacy Challenge. Och Mensch, ich dachte jetzt funktioniert es mal. Obwohl doch, okay. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, er muss ja gleich zur Ab... Naja, er hat noch ein bisschen, aber er ist ausgeschlafen. Der kleine Keith hat Hunger und er hat heute Geburtstag. Obwohl doch, das ging jetzt relativ schnell. Ich glaube, ich habe mein Problem mit dem Hängen endlich mal gelöst. Wäre ich doch mal viel früher drauf gekommen, das nochmal zu googeln. Ich habe am Anfang jetzt ganz viel, also Dateien, die ich nicht mehr brauche, in einen anderen Ordner gepackt. Beziehungsweise auf eine externe Festplatte. Ich hatte über 36.000 Screenshots in meinem Screenshot-Ordner. Ich habe das meiste jetzt mal rausgepackt. Das waren glaube ich 15, 16, 17 Gigabyte, die in dem Ordner waren. Ich habe jetzt nicht alle rausgemacht. Ich habe die von dieser Challenge mal noch hier gelassen. Warte mal, wer schläft? Okay. Also von dem Spiel habe ich die Screenshots noch gelassen, aber jetzt von den beiden anderen Spielen habe ich sie jetzt mal rausge... Sie möchte noch ein Baby mit ihm haben. Ach. Mal schauen. Übrigens, weil ich das jetzt hier gerade sehe mit Annabelle Gude. Ich habe kurz bevor ich dieses Video aufgenommen habe... Weißt du was? Naja, aber er schläft gerade noch so süß. Er schläft aber auch noch. Was kann er denn mal machen? Also er könnte den Teller halt... Weißt du was? Mach das einfach mal. Und nimmt sie ihn direkt schon weg. Nee. Otto. Sie rückt sich jetzt rüber auf, weil er den Teller für selber wegrollt. Wie geil. Törbester müsste aber auch bald aufwachen. Genau, dann darf sie sich auch was zu essen. Oder ich lasse sie schon mal wach werden. Dann kann sie ihm nämlich noch guten Morgen sagen, bevor er gleich zur... Warum geht er nicht zur Arbeit? Zwei Stunden? Doch, das geht. Achso, um sieben kommt die Fahrgemeinschaft erst. Ach, jetzt habe ich mich gewundert. Irgendwas stimmt da nicht. Dann andersrum. Tabby, wach du mal auf. Genau. Sie kann sich gleich mal um die Kids kümmern. Gib ihm doch nochmal ganz schnell... Nee. Einen Kuss. Dann kann er nämlich auch zur Arbeit gehen. Achso, was ich eigentlich sagen wollte. Mir ist jetzt gerade eben aufgefallen, weil ich mal hier geguckt habe, dass seine Boss-Beziehung schon wieder so schlecht ist. Okay, das ist in der richtigen Reihenfolge. Sehr gut. Weil er hat schon wieder einen neuen Boss. Die ist so... Ich glaube, die ist in Rente gegangen wahrscheinlich. Oder? Genau. Retired. Filing Club. Filing Club. Jetzt glaube ich weiter. Ja, und jetzt ist das sein Boss. Jetzt hat er umsonst sie auf die Party eingeladen. Ich meine, er sollte ja eine Party schmeißen. Aber auch das, er hatte ja schon eine gute Beziehung zu seinen Kollegen. Das hätte er sich auch sprang. Die Beziehung zu seinen Kollegen ist auch nicht mehr die, wie die es mal war. Ach, herrje. Dann soll er sich gleich nochmal beim Boss einschleimen. Und Tabby, er ist jetzt schon wach geworden. Dann kuschel du ihn doch mal. Genau. Oder warte mal. Reihenfolge. Zieh du dir doch mal dein Alltagsabfalt schon mal an. Dann kuscheln. Play. Und Feed in Highchair. So, dann muss er auch ein bisschen Zugeneigung... Ach so, das kann ich aber noch nicht machen. Sonst haut sie ab, bevor er was zu essen bekommen hat. Das wäre natürlich auch doof. Was ist das? Ask Butler to cook? Das kommt mir aber doch ein bisschen Snobby vor. Ne, Snobby vielleicht nicht, aber... Ne, mit Snob hat das nichts zu tun. Aber, also mit... Wie beschreibt man denn Snobbo? Was ist denn Snobbo auf Deutsch? Also Leute, die man nicht zufriedenstellen kann. Das ist das richtige Wort. Es gibt ja ein Merkmal, Snob, bei Sims, wenn die... Hochnäsig? Ne, das ist auch nicht. Ich kann es gerade nicht beschreiben. Ich weiß gerade nicht das deutsche Wort. Oh! Dann hat es doch was gebracht. Weil jetzt gerade eben war es ja noch nicht ganz gut. Genau, dann soll er jetzt... Reportback. Von was ist das? Dann soll er sich doch jetzt bei seinem Boss nochmal einschauen. Das finde ich jetzt... Hoof. Könnte das nicht der neue Boss sein? Das wäre viel cooler. Tabby? Kommt das nicht automatisch... Ach doch, das ist schon... Genau, dann soll sie ihm mal was zu essen geben. Und jetzt kann sie... Oh, der Kleine weint auch schon. Kuschel ihn mal. Und dann gib ihm mal die Flasche. Ich glaube, der hat mich auch Hunger. Ach. Jetzt habe ich das aus Versehen weggeklickt. Aber er hat schon. Okay, ja. Er hat was. Und er braucht eine neue Windel. Beziehungsweise muss sauber. Aber es wäre halt auch cool, wenn man Kleinkinder baden könnte. Weil das ist ja nicht, weil er in die Windel gemacht hat, sondern... Das wäre jetzt halt auch cool, wenn er von alleine aufstehen könnte. Weil er sitzt ja ziemlich niedrig. Das wäre jetzt auch mega. Sie kann ihn dann ja mal hier in das Kinderbettchen gleich legen. Für mich wird ein bisschen auf den Arm hat jetzt. Und danach kannst du ihn ja mal rauslassen. Und dann darfst du dir auch was zu essen nehmen. Eat leftovers waffles. Okay. Oh. Sie hält die Baby so weit weg irgendwie. Übrigens. Ich glaube, ich habe... Habe ich das... Habe ich das eigentlich gerade eben schon erwähnt? Der kleine Keith, der hat heute zum... Äh, heute zum Geburtstag. Er hat heute Geburtstag und wird zum Kind. Ich wollte schon Kleinkind sagen. Und Tabitha hat ja nachher um 4 noch ein Gig. Das ist um 4 oder 4.30? Um 4. Sehr gut. Ich hoffe, dass das diesmal auch funktioniert. Ich finde es ja cool, dass sie ihn jetzt schon rausgelassen hat. Ich habe nur ein bisschen Angst. Dass sie ihn da jetzt gleich wieder in diesen Pen-Dings reinsetzt. Aber ich kann ihn ja... Doch, ich könnte ihn... Achso. Ach. Ne, sie setzt ihn da jetzt wirklich rein. Zu doof. Aber dann soll Tabitha ihn gleich mal rausholen. Und ich würde es cool finden, wenn Tabitha nochmal Sport macht. Wie weit ist sie da eigentlich schon? Level 7. Fast 8. Gut. Ich glaube, bei Akrobatik ist sie auch Level 7, oder? Wir ignorieren mal das Handy. Och, was denn mit dem Kleinen? Jetzt braucht die noch eine Windel. Tabitha hat hier alle Hände voll zu tun. Tabitha, warte nochmal ganz kurz. Ähm. Wechseln mal die Windel. Äh. Wo ist Play? Da ist Play. Dann kannst du mal spielen. Und dann darfst du erst nicht... Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht wegräumt, bevor sie das gegessen hat. Und ja, er arbeitet noch. Die Beförderung schafft er heute auch. Dann ist er... Ups. Jetzt habe ich fast mein Mikro runtergeschmissen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut für euch. Hab ich da acht Freunde haben? Ja, er hat ja schon sechs. Wir machen es mal okay. Och, jetzt hat sie ihn schon auf den Arm. Weißt du was, Tabitha? Er ist einfach... Schön, wie sie auch hilft mit dem Kind. Ach so, danach lass bitte den Kleinen hier wieder raus. Oh, das sieht halt so süß aus. Nee, nicht Play with. Das wäre halt auch schön zu sehen. Aber ich finde, das sieht halt so nach Kinder... Weißt du, Kinder wohnen hier aus. Wenn man halt hier so... Das noch hat. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Ich mag das. Aber es ist halt nervig, wenn das die ganze Zeit verzerrt. Und dann kann er hier noch ein bisschen mit den Bauklötzen spielen. Und sie kann in der Zwischenzeit Sport machen. Genau, ich setze sie mal hier ab. Und dann... Äh... Mach mal Kraft drehen. Ach, jetzt hat er schon wieder was. Oh, sie hat ihn... Schafft er das noch rechtzeitig? Ich meine, da braucht es oder so eine neue Windel. Wie sieht es eigentlich aus? Muss Tabitha duschen schon? Na, ich glaube, das geht noch bis zu ihren Auftrittabend. Heute Abend, dann soll sie abends vielleicht duschen. Und wir machen hier jetzt mal Don't Break a Sweat. Und? Na, der Kleine hat es noch rechtzeitig geschafft. Sehr gut. Oh, ich wollte das ja auch noch machen. Aber sie hat ja Dienstags eh nichts, oder? Ja, dann soll sie das dann... Ach nee, aber der hat ja Geburtstag. Stopp. Das möchte ich nämlich jetzt doch noch machen. Change Outfit... Ach nee. Wechsel eben erstmal die Windel. Na, stopp. Zieh du dir auch deine normalen Sachen an? Change Outfit Every Day. Dann... Change dir die Diaper. Change Outfit Every Day. Und... Das sieht so aus, als ob schon wieder die Sonne untergeht hier. Und dann probieren wir das hier mal aus. Besonders, das heißt ausprobieren. Aber wir machen das mal. Oh, sie hat um vier den... Ach... Ne, Zane soll das machen. Kann mir jemand erklären, warum sie auf einmal nicht mehr zu ihren Geek-Locations gehen kann? Oder verwechsel ich da hier jetzt irgendwas? Weil jetzt ist ja wirklich nicht mehr schwanger. Montag, vier Uhr. Moment, ich pausier mal ganz kurz und versuch dann mal zu gucken, woran das liegt. Okay. Ich hab jetzt nicht wirklich eine Lösung gefunden. Aber ich glaube, das funktioniert jetzt nicht mehr mit dem Steady Gig. Ähm, dann soll sie das doch mal machen. Finde ich jetzt sehr, sehr schade. Ich werd jetzt mal sämtliche Steady Gigs, die sie hat... Ist halt schade, weil man für Steady Gigs halt tatsächlich auch mehr bezahlt bekommt. Ich hab irgendwas jetzt aber auch gelesen, dass das daran liegt, wenn man das Spiel beendet am Tag des Steady Gigs. What? Was ist jetzt hier schief gelaufen? Level 8? Level 8 ist CEO? Echt jetzt? Das war's schon? Ich dachte, er müsste Level 10 sein. Okay. Und... Achso, ich wollte ja... Warum ist das jetzt weggegangen? Geh mal hier raus. Und Zane, du kannst dann auch mal hier rausgehen. Du kannst da mal hingehen. Jetzt hat sie aber die Kamera wieder, oder? Dann... Oh, sie hat immer noch das Obst und Gemüse von Anfang. Aber er möchte auch Level 10. Das darfst du natürlich dir wünschen. Okay, Tabitha. Dann lass ihn doch da mal... Äh... Setz ihn doch da mal drauf. Zane, du kannst mal da hingehen. Genau, und dann kannst du davon mal ein Home-Video machen. Oh, stopp. Wo ist sie? Wo sind die beiden? Da. Oh, wie süß. Komm, wir können mal ein bisschen zurückgehen, dass wir die beiden... Na, wir sind näher dran. So. Ah, wie schön. Achso, aber ich hab jetzt irgendwas gelesen, dass... Ähm... Dass man das Spiel anscheinend an einem Gig-Tag nicht beenden... Also... Nicht, nachdem der Sim aufwacht, beenden darf. Gebt ihr doch mal einen Kurs. Ich lass dann Keith gleich mit der Torte altern. Wenn die beiden happy sind. Und dann soll sich Tabitha da nochmal... Dann werde ich den Gig canceln. Und sie soll nochmal neu auditionen. Und ich hab irgendwas... Ich weiß nicht, ob ich's richtig verstanden hab, dass man das... Spiel nicht an einem Gig-Tag, nachdem der Sim aufwacht, beenden darf. Also Speichern beenden. Ich hab keine Ahnung, ob ich das so richtig verstanden hab. Aber mal schauen. Ich glaub... Und sobald man da irgendwann... Sobald man diesen Fehler halt gemacht hat, ist da halt ein Glitch. Anscheinend. Okay, Tabby. Dann kuschel ihm mal. Gib ihm die Flasche. Spiel mit ihm. Genau. Und du darfst dann jetzt hier was zu essen holen. Das heißt, ich vermute mal, dass dann das hier auch komplett geclitcht ist und nicht mehr funktionieren wird. Und bei dem weiß ich's halt noch nicht. Aber den hat sie ja, glaub ich, auch durch einen Glitch bekommen. Ich würde die jetzt mal alle canceln und nochmal neu machen. Achso, nee, Tabby. Planänderung. Er hat nämlich... Kümmer du dich doch um den Kleinen. Kuscheln. Gift Bottle. Play With. Und Tabby, du mal schnell auf Toilette. Und dann machen wir mal... Eat Leftovers Hamburger. Oder vielleicht warte ich damit noch ganz kurz. Ich würde nämlich gerne noch den Geburtstag sehen. Da hole ich nämlich schon mal die Torte. Ich hab gerade mal kurz bei dem Aufnahmeprogramm geguckt und gesehen, so sieben Minuten. Und ich so, hä? Ich nehm erst seit sieben Minuten auf. Das kann nicht sein. Aber ich hatte ja kurz pausiert zum Googeln. Ach, wie süß. Und dann wird der Kleine... Oh, er ist auch müde. Er kann da mit Blöcken spielen. Ach, das ist so ein Blocktisch. Oh. Hat er jetzt schon Geburtstag, nicht, oder? Guck mal, geh mal hier ins Wohnzimmer. Wir feiern gleich dein Geburtstag. Tabby, du geh mal auch schon mal hier hin. Ups. Das finde ich halt jetzt sehr, sehr schade mit den Steady-Gigs. Weil ihr habt es ja schon in dem... Also, ich glaube, das war auch ihr letzter Gig neulich. Sie kann ihn ja mal, ähm, nochmal kuscheln. Aber sie verdient er halt auch richtig gut. Ich meine, die haben ja auch noch gut Geld. Und das Haus ist ja soweit fertig. Also, noch nicht ganz gebaut. Die zweite Etage ist halt noch nicht fertig. Und er braucht ja dann noch ein Kinderzimmer. Aber ist halt schade. Okay. Ganz schnell den Kleinen jetzt ins Bett bringen. Und dann... Blowout Candles... Äh, Keith. Ah, jetzt braucht er aber auch eine neue Windel. Der macht das jetzt auch noch schnell. Aber ich finde es halt doof, wenn er den Geburtstag hat. Aber es dauert ja auch noch ein bisschen, oder? Ne, komm. Äh, der kleine... Tabby, du bleib bitte hier bei deinem Geburtstagskind. Ach, wie er lacht. Das ist ein bisschen creepy vielleicht. Ah, ich habe ein bisschen Angst, da an diesem Kameramodus zu sein, wenn jemand Geburtstag hat. Nicht, dass da irgendein Bug dann noch passiert. Genau. Und dann komm du auch mal ganz schnell hier hin. Dass du den Geburtstag mitbekommst. Tabby, da dreh du dich doch mal Richtung Kamera. Zu spät. Na, egal. Ich würde ihm gerne... Ich kann ja mal Zufall machen. Excitable. Ach, komm. Das gehört ja auch so zu den Regeln, glaube ich, dazu, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay. Der kleine Keith ist ein Kind. Oh, wie süß. Tabby, umarmen ihn mal. Friendly. Okay, doch, da. Und dann gehen wir schnell die Gigs canceln. Beziehungsweise erst mal den Gig hier. Kann sie jetzt auch den... Ach, doch, da. Genau, und dann soll sie das gleich mal machen. Und dann bekommt sie hoffentlich dann am nächsten Tag einen Gig und macht sich daraus wieder ein Steady. Ups. Aber dann kannst du den kleinen... Der ist ja soweit happy, oder? Ja, der ist sehr happy. Dann bring den doch schon mal ins Bett. Dann kannst du mal hier... Eat Leftovers. Hamburger. Dann darfst du... Obwohl, jetzt kann er auch den Kuchen essen. Ach so. Warum sind da immer noch Kerzen drauf? Warum geht das noch? Das ist doch jetzt auch schon wieder verbackt, oder? Naja. Und er ist müde. Oh, er braucht ein Kinderzimmer. Ich mach das mal eben schnell. Also nur so provisorisch. Nicht schön eingerichtet. Ich glaub, das mach ich dann später. Aber dass er sich irgendwo hinlegen kann. Okay. Ich hab, nachdem ich das Bett im Zimmer platziert hab, dann... Aus Versehen, ich war dran gedacht, weiter aufzunehmen. Tabitha hat den Gig gecancelt. Die beiden haben grad noch zusammen geduscht. Dann können die jetzt auch beide ins Bett gehen. Und ich beende das Video auch hier. Also Tabitha hat den Gig jetzt gecancelt. Und einen neuen Gig... Also war dann nochmal auf einer Audition. Oder hat dann nochmal für diesen Gig auditiont. Den sie ja eigentlich heute gehabt hätte. Das ist dann jetzt leider kein Steady-Gig. Weshalb sie da weniger verdient. Aber immer noch genug, find ich. Also ich glaub... Wie viel verdient sie da? 17.000? 18.000? Aber schon ordentlich für einen Tag, find ich. Da verdient sie, glaub ich, mehr als ihr Ehemann in der Woche. Und dann möchte ich sie morgen dann auch nochmal die anderen Steady-Gigs auch canceln lassen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass da auch Fehler sich reingeschlichen haben. Und dass die auch nicht funktionieren. Ich mein, das hat ja neulich auch nicht funktioniert. Dann beende ich das Video auch hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht sehe ich euch ja im nächsten Video wieder. Tschüss! 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 Tschüss!